... den Mechanismen und die Zerabbau systematisch voranzutreiben. Der Schlüssel zu dieser ganzen Sache ist, wo gekoppelt werden soll, an die Produktivität und nicht darüber im Internet. Wir protestieren hier heute gegen den Europakt, ein Abkommen, was zwischen dem EU-Parlament und der EU-Kommission ausgehandelt wird und welches massive Sozialkürzungen für ganz Europa bedeutet. Wir sind so froh, die Repräsentationen sind hier in Norden und in Norden. Und last but not least, Es ist ein Abkommen, was zwischen den Google-Sharking und Jobs in der Art und Weise...